Eieiei! Ähm... Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die hab ich über Bord geworfen. Du hast... Was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut ab. Das war aber mein Lieblingshemd. So. Gucken wir mal, ob hier irgendwo... ...nach was abzugreifen ist. Alter Rollenspielspieler. Das war ja immer alles gut. Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn wir hier landen. Ah, du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich hab den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen fliegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Oh, ich bin so ein Schiff. Oh, da können wir uns die Schlepperei sparen. Bald geht's weiter zur Schwertküste. Jo, hab mich für den. Was für ein wunderschöner Tag. Also schick sieht's hier ja schon mal aus. Jetzt hätt ich auch was am Strand. Ich find das immer so geil, wie der springt. Ho, ho, ho. Ich hab mein fröhliches Lied klein auf den Lippen. Ich hopste hier durch die Lande. Und schau mir alles an. Ah, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Ich bin ein Arbeiter. Aber du riechst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du in Puerto Saccarico? Hm, mich herumtreiben. Äh, ich hab gehört auf der Insel als Piraten gehen. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Ich bin nur auf der Durchreise. Ähm, ich bin auch auf der Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Frag am besten mal Pedro. Der weiß immer, wo gerade jemand gebraucht wird. Er steht meistens mitten auf dem großen Platz herum und zählt Kisten. Lass mich dir noch einen guten Rat geben. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zur Zeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns? Ich denke schon. Hm. Aber sag mir doch. Wo hast du die schicke Frisur her, mein Freund? Die möchte ich mir auch gerne schneiden lassen. Aber fällt euch mal auf, wenn man irgendwie, egal ob Gothic oder Ryzen spielt. Rot. Hühnchen. Ähm, man wird immer bedroht. Wehe, du klaust hier. Apfel. So, haben wir noch was? Wein. Und ein fröhlich Liedlein auf den Lippen. Ihren Bericht leugnet. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmutzig. So eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt Die Fuego. Der hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Zarcarico gemacht. Der Mann macht mich noch wahnsinnig. You dressed me crazy. Die Fuego. Das klingt wie Diego. Du hast ein Problem mit Die Fuego? Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten. Ich suche das Piratennest. Moment mal. Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Gib mir das Gold, ich überbringe die Nachricht. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich schätze mal ja, sonst wird die Frage nicht da. Gib mir das Gold, ich überbringe deine Nachricht. Gut. Hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Sag ihm, du musst auf die andere Seite der Insel. Dann wirst du auch Schwertkampf? Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Äh, ich will... Lass uns trainieren. Meinetwegen. Ein bisschen Übung kann nicht schaden. Mach schon. Okay. So. Uah. Uah. Los doch. Uah. Uah. Zeig's ihm. Uah. Was passiert da gerade? Uah. 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 Das war brutal. Ja, war's. Hast mir wehgetan. Toll gemacht. Klasse. Fühlt sich jetzt stark. Uah. Meine Brust. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmack. Die letzte Runde ging an mich. Wenn du weitermachen willst. Sag Bescheid. Ne, gerade nicht. Ich will erstmal ein bisschen Rüstung. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ja. Ähm. Mit dem Herrn werde ich wohl noch häufiger was zu tun haben. Schnell besser mit dem Degen. Degen richtig beherrschen. Ja gut. Da habe ich wohl noch ein bisschen Zeit. Ich muss weiter. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmarrer aus. Was haben wir hier? Pedro. Da kann ich gleich noch quatschen. Wache. 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 Beschlossene Kiste. Bett. Gegen wen er auch immer antrat, er siegte. Somit hat nie einer seiner Gegner sein Gesicht gesehen. Das letzte Mal soll der Mann mit der Maske in der Taverne auf Antigua gesehen worden sein. Interessant. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ich will zu die Fuego. Ich will zu die Fuego. Zieh dir gefälligst was ordentliches an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Dann gib mir was. Alles klar, Leute. Ich wollte mich ja hier nochmal ein bisschen umsöhnen. Was ist denn hier? Norbert schlafen. Schlosschlossene Kiste. Hier kommt mir schon wieder nach. Ah, Alter. Seid aber neugierig. Was? Darf ich jetzt auch nicht hoch? Ja, 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 ja. Ist ja okay. Okay, oben ist wohl nichts interessantes für mich. Da sind einige Kisten abhanden gekommen. Sind die unentspannt. Seh mal an, wer da kommt. Rutzmann, Steuermann. Na, wenn das mal nicht der Pflegel ist. Ja. Der sieht auch aus wie ein Pflegel. Was meinst du, was er gemacht hat? Hat der Kommandant nicht gesagt. Verdammt nochmal. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Ja, verdammt. Wer hilft mir dabei? Deine Mutter. Kein Schwein. Deine Mutter ist kein Schwein? Ich suche Arbeit. Ich hab genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen. Verstehst du was vom Kochen? Äh, ich kann Wasser heiß machen. Ich kann Fleisch braten. Ich kann Fleisch braten. Ich kann Fleisch braten. Ich rede nicht davon, einen Brocken Fleisch auf einen Stock zu spießen und ihn am Feuer verkokel zu lassen. Das schmeckt wundervoll. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Du hast sie gehört. Gib mir einen kleinen Moment. Ich kläre das. Gib mir einen kleinen Moment. Ich kläre das. Vibe ab in die Küche. Äh, wie willst du herausfinden, wo er seinen Schatz vergraben hat? Lass uns doch mal über die Sache der Küche reden. Genau. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Das ist doch nur für einen Tag. Wir können das Gold gut gebrauchen. Ich habe eine Idee, über Silber zu... Naja. Wir können das Gold gut gebrauchen. Wir. Ich soll die Arbeit machen und du sackst das Gold ein. Ich werde ein paar Botengänge erledigen. Ach so. Du spazierst schön durch die Gegend und die Frau steht hinterm Herd. Vergiss es! Gut. Okay. Ich habe eine Idee. So gut bin ich auch nicht. Verdammt. Äh, das ist doch nur für einen Tag. Das ist doch nur für einen Tag. Na dann stell dich doch selbst an den Herd. Ich kann nicht kochen. Dann wird es Zeit, dass du es lernst. Schein wird. Ich will nichts mehr davon hören. Okay. Äh... Wie mache ich mich? Ich... Äh... Nochmal wegen der Arbeit. Nochmal wegen der Arbeit. Und? Hast du die Sache geklärt? Noch nicht. Was willst du dann hier? Ach so. Ich muss die erst... Hat der Kommandant nicht gesagt. Schätze, er hat was ganz Ungezogenes mit seiner kleinen Freundin angestellt. Kannst du ihm nicht übel nehmen. Haha. Wir gehen was essen. Ja, gib mal was essen. In der Zeit stelle ich nochmal was Unständiges mit meiner kleinen Freundin an. Und nehme mir einen Apfel. Und habe wie ein freudiges Lied leider auf den Lippen. Während ich hier durch die Gegend hüpfe. Abhand... 26... 27... 29... 29... 61... Du hast 28 vergessen. Hör mal. Ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff. Und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts besseres zu tun. Als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Nein. Ich muss auf die andere Seite der Insel. Ja, machen wir das. Ich muss auf die andere Seite der Insel. Es ist nicht ungefährlich die Insel zu bereisen. Überall lauern wilde Tiere. Einige unserer Sklaven sind entkommen und machen jetzt den Dschungel unsicher. Und irgendwo im Osten gibt es die Piraten. Ohne robuste Kleidung und genügend Proviant solltest du nicht losziehen. Ja. Was weißt du über die Piraten? Ich? Gar nichts. Hab noch nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Wenn du was über die Piraten wissen willst, sprich mit Rock vor. Äh, wo bekomme ich Kleidung? Frag mal Carter. Er sitzt oben beim Turm und bewacht den Gefangenen. Kann schon sein, dass er was für dich hat. Okay. Wo gibt es Proviant? Sprich mit Osorio. Er kann dir was verkaufen. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz. Er hat was Gold verdient. Für Tagelöhner gibt es ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Gibt es eine Karte der Insel? Wenn ich du wäre, würde ich die Fuego fragen. Er ist der Gouverneur von Puerto Saccarico. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dich so zu ihm lassen. Halt nackt, wie du bist. Sieh dir wenigstens ein Hemd an. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut. Zurück zu den Kisten. Wo war ich? 28. 28. Wirklich? Wirklich. Gut. 28. 29. 30. Uns sind einige Kisten abhandengekommen. Und wie bei den Göttern konnte das geschehen? Ja. Vielleicht, weil sie brennen. Sie müssen sich nachts ins Lager. So. Proviant. Verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Ich brauche Proviant. Ich brauche Proviant. Äh... Ähm... Lecker. Selberwegs jedes Seefahrer. Nicht so stark wie rum. Und daher auch nicht so wirksam. achten wir jetzt einfach mal ein paar davon 25 haben wir 100 für ausgegeben irgendwas schickes zu verkaufen viele eingeborene kommen die wurzel bei schwerer körperliche arbeit regeneration 5 flügel silberpokal interessiert ja selber pokale gut ende dann nacht um Tom Tom ich vermute die Piraten stecken in die Uhr sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen Kassel ja ja ist ja gut bei dieser zum Ausdruck sollte vielleicht mal wirklich um das müssen probieren zu nehmen und was so bitte ist das Lager nachts nicht bewacht weil weil das sie nach Turm aus boah ey ich scheine immer wieder so Schwellen zu überschreiten wo man auf einmal nichts mehr hört so gar nichts mehr äh ja gehen wir erstmal zum Tom hier oh das ist auch was das ist bunt das kann ich sicher aufheben so eine Kiste das ist in deiner Kiste Käse Kater heil auch warum ist der Gefangene hier wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt aber Riley meinte er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren auch seitdem ich hab gehört du verkaufst Kleidung sagt wer Pedro sagte sowas kann schon sein dass ich was für dich habe wenn du willst kannst du dir die Sachen ansehen zeig mir die Sachen so Lederhemd altes Hemd und Hose altes Kopftuch ja sehr schön ähm klingenfest kugeln sicher was weiß denn das und 50 75 nehmen wir mal das Lederhemd haben wir noch genug für die Hose nö für das nö verkauf von nichts ja ok danke dir für ja Ausrüstung Körper Lederhemd ah wie ich ein Schmucker Typ ein Schmucker Mann bin ich ja so Quatsch mal mit dem Knast die Largo wie geht's dir Schwein hat mir meine Sachen weggenommen das ist mein Hemd das du da anhast ja ich denke jetzt viel besser mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen ich hoffe die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schief gelaufen Inquisition kann nicht mal offiziell gehöre ich nicht mehr zur Inquisition offiziell gehöre ich nicht mehr zur Inquisition offiziell was soll das heißen bist du jetzt ein Spion oder was ich bin ein Ninja die Inquisition kann mich mal besser spät als nie sag ich immer und was machst du jetzt ich gehe zu den Piraten ich bin auf der Suche nach einer magischen Waffe meine Sache ich schluck auf gerade ich gehe zu den Piraten ich gehe zu den Piraten du willst zu den Piraten ja habe ich gerade gesagt ich verrate dir was bei den Piraten gibt es jemanden der dir einen Dietrich besorgen kann wenn du damit zu mir kommst zeige ich dir wie man mit dem Ding umgeht abgemacht abgemacht im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone der Kerl schuldet mir noch Geld er wird dir den Dietrich umsonst geben wenn er glaubt dass ich dich geschickt habe also sag ich ihm was ganz so einfach ist das leider nicht du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür dass du auch wirklich von mir kommst wie komme ich an das Kopftuch Kata hat es dem Aufseher Riley verkauft der rennt jetzt damit rum du wirst ihn schon umhauen müssen um daran zu kommen wenn du es schaffst ihn zu einem Duell herauszufordern und mischt sich auch keine von den anderen Wachen ein wie komme ich an die Perle verstehst du was vom Taschendiebstahl tja kein Problem ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen ähhhhh deine Stiefel stehen in der Baracke? ja und die Baracke wird bewacht aber ich wette nachts schlafen die Bastarde du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen wie das geht weißt du ja schon da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen mach mich zu einem guten Dieb es ist alles eine Frage des Goldes okay was hat er denn jetzt hier anzubieten ähh ich will ein guter Taschendieb werden bring mir bei wie man Schlösser knackt du hast ein paar Tipps für Anfänger für ein besserer Dieb werden ich will ein Meisterdieb dann mache ich zwar ein Meisterdieb ja komm mal was später ich muss los warte sie geben mir nichts zu trinken die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen verstehst du du hast nicht zufällig einen Schluck Grock dabei? ja hast du was hehehe sieht so aus als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss so Kater ähm ja da müssen wir uns jetzt gleich um einen der Kollegen kümmern und hier ist jetzt hier die Baracke oder? Wett Koffer Gäste dreckiges Hemd ah hätte ich sogar gratis ein Hemd haben können aber hier sind die Stiefel wohl nicht ähm ähm äh versuchen wir erstmal den einen Typen zum Duell heraus zu fordern kann ich mir immer noch gleich die Stiefel... Schädelblüte äh kann ich mir immer noch gleich die Stiefel... verfolgt haben die bitte was? dazu wollte ich gerade kommen frag vor es ist alles die Fuegos Schuld so äh wer hat da jetzt nochmal das schicke Kopftuch ich schätze mal der mit dem schicken Kopftuch aber hier läuft keiner mit dem schicken Kopftuch rum ähm es ist alles die Fuegos Schuld er hat mir befohlen die Wachen zu halbieren ich hab ihm davon abgeraten aber auch schon ab die Fueg okay gucken wir mal Logbuch ähm Türenwerfer da war der Gegenstand aller Quests Orte Charakter das ist eine Rudulehrer aha ok ähm Küchenhilfe Piratenpost äh wachen wir mal die Kleidung eines Piraten ok der rechte Karte hat immer alle Sachen abgenommen ein Teil von Karte anscheinend schon verkauft aber bestimmt nicht alles Lagos Kopftuch an den Aufseher Relay verkauft wer vom Teufel hat sie nach ihrer Meinung gesagt really 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 was ist ein Relay äh hab ich den schon getroffen? ich weiß grad gar nicht mehr wache wache na das sieht ja schon besser aus danke du kannst jetzt mit die Fuego sprechen cool ähm ja gehen wir doch erstmal zu die Fuego der so ähnlich klingt wie Diego ich sehe bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern in der Tat mein lieber Kommandant was kann ich für dich tun Bursche oh Bursche äh ich brauche eine Karte der Insel ich brauche eine Karte der Insel nun ich kann dir eine verkaufen für 100 Goldstücke gehört sie dir ja ich habe nicht genug Gold ich komme darauf zurück äh hat mich beauftragt den Piraten einen Brief zu überbringen dann hast du den Brief bei dir ja zeig ihn her schön er ist noch versiegelt und das bleibt er auch bis er seinen Empfänger erreicht hat wir verstehen uns absolut ich brauche Ausrüstung ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen die ich für den Fall bereithalte dass hier Gäste eintreffen ich fürchte das meiste davon wirst du dir nicht leisten können ich hätte es in Sklaven entlaufen ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter Sklaven klingt so unzivilisiert wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug sie bevorzugen es im Dschungel zu Hause wie die Tiere Schlimmer noch sie erheben die Hand gegen ihre Herren in solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt mhm ich bringe die Wilden zur Strecke ich bringe die Wilden zur Strecke exzellent ich werde das Gold für dich bereithalten wenn du zurückkehrst 300 Goldstücke für 3 Köpfe ok zeig mir dein Angebot Edelweste schwarze Hose ja geil hat alles mögliche Sachen die mindestens 200 Gold kosten Perle und Robine Zin Muscheln Edelstein sehr wertvoll ja toll was bringt mir das ähm das Dreckige Hemd kann ich verkaufen ja dann habe ich wenigstens genug Kohle für die Karte ich brauche eine Karte der Insel nun ich kann dir eine Ver- äh wenn ich mich auf der Insel verlaufe kommt dein Brief nie an ein gutes Argument ich werde dir die Karte kostenlos überlassen schließlich wollen wir ja dass du sicher ankommst in der Tat so ja die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet in Leutnant Roqueforts Bericht hörte sich das nicht so an ach hören sie mir auf mit Roquefort nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel jetzt können wir mal oh wir können mal Map drücken ist ja schön ach ich kann direkt zu Orten reisen dann die ich auch kenne ok ähm und so da sind da oben die Piraten alles klar dann werde ich ja dann sehe ich ja schon den Weg wo ich lang muss aha was ist das hier noch? aha gut ähm äh äh ja äh 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 Vielen Dank.